Hallo und herzlich Willkommen wieder zurück zu einem neuen Video. Wie ihr seht mit 0.20 Uhr nehme ich das ganze hier auf. Das geht? Aha, ok. Wenn ihr noch so Tutorials für Omnibus Simulator haben wollt, dann schreibt ihr gerne in die Kommentare. Soll ich was einfügen oder so, ja? Sollt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, diesmal spielen wir hier irgendwas mit... Das wird mehr gegoogelt. Das könnte ich hier kostenlos holen. Das hier... Dings... Interesse... Play... Ähm... Ah, stimmt schon, dass der hier mehr googelt. Dobermann... Hm... Naja... Oh, verkackt... Nochmal... Nitz... Ein paar gar weniger... Mehr... Was? Schon wieder verkackt... Schon wieder verkackt... Mehr... Weniger... Oh nein... Amy... denirykalen ist eigentlich vorbei. Die täglich ist eigentlich schon vorbei. Deswegen hab ich gewartet... Hipster... Wird die Tiefmann Google... Google... Doc... strange ... weniger ... oh scheiße ... ja das wird mehr gegoogelt ... Brasilien wird deutlich mehr gegoogelt ... was ... der Homedepo ... oh ... such is part to it ... egal wie ... halt's ab Leute ... egal ... Hits wird ... ähm ... stink mal wenig ... jawoll ... zu wirken ... Alter ... Scheiße ... oh nein ... das ist ein schubbelpacker Leute ... ah weniger ... easy ... ja ... bitte was ... ja voll ... weniger ... oh nein ... ich bin so ... dumm ... diese Sau ... es wird mehr gegoogelt ... boah ... weniger ... rufe ... okay ... viel mehr ... Twitch ... viel mehr ... weniger ... mehr ... schaffen wir die 10 Leute ... Crossfit ... ne ... ich ... schaffen wir das ... okay ... das war's ... auf jeden Fall ... mit dem kurzen ... kleinen Video ... wenn ihr nur einen zweiten Teil wollt ... der geht viel länger ... also ... 2 Likes ... zum Anfang ... ja ... 2 Likes ... und ... dann kommen wir im zweiten Teil auf ... Let's Plays ... und mehr ... denke ich ... lasst mal ... ja ... 2 Likes ... da ... und bei Niki LP ... lasst mal 3 ... 3 Likes ... das müsste reichen ... na ... ein guter Dank ... auf Wiedersehen ... lasst gerne ein Like da ... wenn ihr neu seid ... auf beiden Kanälen dann ... gerne ein Abo da lassen ... oder auch ... den anderen Kanal abonnieren ... vielen Dank ... auf Wiedersehen ...